Geschätzte Saisonkartenbesitzer, geschätzte Saisonkartenbesitzerinnen, wir haben euch vor ein paar Wochen einen Brief geschickt, um uns zu mitteilen, ob ihr bereit seid, die Solidarität mitzutragen. Wir sind überwältigt von der Reaktion. Wir haben einen unglaublich hohen Prozentsatz, der positiv unsere Rückmeldung gegeben hat. Ein ganz kleiner Prozentsatz, der sich vorstellen kann, eine Rückforderung einzufordern. Insofern ganz herzlichen Dank von unserer Seite. Danke vielmals für die unglaubliche Solidarität. Wir schätzen das extrem und wir werden es mit guten Leistungen zurückzahlen. Wir wünschen euch ganz schöne Weihnachten, einen guten Rutsch und vor allem bleiben gesund. Happy New Year and we'll see you soon.